Hallo und herzlich willkommen zurück Leute zu einer neuen Folge Jurassic World, der Game, erstmal checken ob alles passt, so. Ja, es gab seit langem wieder kein Video, hat damit zu tun gehabt, zu tun gehabt, zu tun gehabt, zu tun, dass sehr viel, nein, ich möchte mich nicht anmelden, dass es sehr viel in der Schule jetzt gerade zu tun gegeben hatte. Ja, jetzt am Beginn ja die Ferien, da hoffe ich, schaffe ich wieder mehr, sollte auch eigentlich hinhauen. Äh, wie ist denn das jetzt? Sehr selten bloß, weil da ein Eiszeitzeichen ist, heißt es, man kriegt da auch Eiszeitkreaturen. Ja, hä? The fuck, du kriegst alle Eiszeitkreaturen, damit dieses 10 Euro Paket gekauft wird. Ah, okay, ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe dann wieder mehr, anmelden kann man sich immer noch nicht, also ich mich zumindest nicht. Wir können uns heute das Nashorn freispielen und sonst, ja, gibt's eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ich mach jetzt dann auch bald wieder Jurassic Park the Game, weil da ziemlich viele Leute gefragt hat. Ja, ich weiß ja nicht, über was ich reden soll eigentlich. Naja, man kann so ein bisschen über das Aktuelle hier reden, was auf YouTube so abgeht. Und, dass irgendwelche großen YouTuber angeblich ins Gefängnis mussten, was natürlich nicht gestimmt hat, äh, was zum Glück auch seine Zuschauer kapieren, was ich sehr schön finde, weil ich diesen Typen nicht ausstehen kann. Und müssen wir ernsthaft mit Meereskreaturen kämpfen? Landoffensive. Krasser Name dafür, ne? Ja, und auf jeden Fall, äh, ist das, ja, schon krass, was da so abgegangen ist. Äh, ich glaub, ich muss den hier klotz, ne, da sollte Heine auch gehen. Man hört vielleicht ein bisschen, dass ich verschnufft bin, ja, nein, ist halt leider so, ne? Aber, ja, ich hoffe, Mann, das stört es nicht so während des Spielens. Ich save lieber mal. Ja, ist auf YouTube. Ich find das schon ein bisschen krass. Und dann auch noch Bodyguards zu haben, die sich eigentlich nicht wirklich auskennen. Ja, nicht so toll. Ich find aber schön, dass viele Zuschauer das verstehen, äh, jetzt endlich mal kapieren. Dass die YouTube, wie soll man sagen, die YouTube... Ich will nicht sagen, die führende, die führenden YouTuber. Das ist eher so die, eher so die bekanntesten Deutsche, was irgendwie bescheuert ist, weil die eigentlich total verarschen, so richtig RTL-like. Es ist echt unverständlich. Ich möchte jetzt auch nicht so viel weiterreden. Vielleicht sind hier Leute unter meinem... Unter... Hier... Es sind ja gerade Leute einfach, die das Video gucken und irgendwie die Leute mögen. Ja. Ich hoffe, ihr versteht dann irgendwann mal, was für einen Scheiß die eigentlich abgezogen haben. Aber, ja. Eigentlich sind... Ist jeder Mensch... Kann jeder Mensch nett sein und gut sein. Aber es gibt auch die Leute, die das einfach gar nicht versuchen. Dazu gehören manche Leute irgendwie. Ja, darum geht es jetzt aber gerade gar nicht. Äh, es geht hier um Jurassic World. Äh, soweit ich das verstanden habe, sollen dann mal wieder Eiszeit-Saurier rauskommen. Beziehungsweise es stand eigentlich in den Patch-Notes vom letzten Mal, aber... Als wir gegen die Dodo gekämpft haben. Aber irgendwie... Ist da nichts gekommen. Apropos Dodo. Ich habe auch die Dodo-Statue bekommen. Also, ihr habt das ja anscheinend direkt am Tag bekommen. Also, haben das anscheinend die Leute sofort geschafft mit dem Damage, ne? Also, krass. Oder hat Lydia da wieder rumgefunden? Ja, ja, gar nicht. Also, ich glaube ja, dass Lydia da ein bisschen rumgespielt hat. Ich kann es nicht glauben, dass das... ...tatsächlich so ein Online-Event war. Wieso setze ich ihn eigentlich zuerst gegen den Murs aus? Aber wenn ich... Hat mir jemand jetzt hingeschissen? Leute, was mir jetzt gerade erst auffällt... Der Banana-Nobmius, der hat ja sehr viel Angriff. Schaut es mal an. Der hat ja weniger Leben als der Murs aus. Sogar der hat er... Der... Jetzt sind wir tot. Aber hätten wir die anderen fast schon one-hitten können, wahrscheinlich. Oder sogar... Wer weiß. Äh, ja. Der Mosaurus hat sich aber komplett offen jetzt gestellt. Das... Ja, Problem ist aber, wir müssen noch einen Punkt draufsetzen. So ganz knapp. Mei, da kann man nichts tun. Ja, und was macht er hier? Ja, wegen meinem Abo-Special, was ich vorhat... Oder vorhabe. Das wird jetzt... Da werde ich heute nochmal richtig reinarbeiten. Ich habe da jetzt leider doch nicht... Noch nicht so viel gemacht. Tut mir echt leid. Aber die Grundidee ist da. Es werden wahrscheinlich vier Spiele, über die ich da ein bisschen was erzähle. Manchen sogar ein Fazit, was schon da ist, weil ich so lange spiele. Ja, gut. Äh, ich hoffe, euch wird das dann gefallen. Und... Ja, mei. Die meisten Spiele sollte man eigentlich dann kennen. Ich gehe mal Nummer sicher. Scheiße. Echt nicht ohne. Aber er hat jetzt nicht so viel Angriff. Oh, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ey, ohne Scheiß. Woher konnte jetzt dieser hässliche... Ich habe auch schlecht gespielt. Ich habe auch schlecht gespielt. Ich hätte den Bananen-Nugios nicht als erstes setzen dürfen. Das war sehr schlecht gespielt. Aber woher konnte ich... Woher konnte er jetzt riechen, bitte, dass ich... Ach. Nee. Nee. Woher konnte er jetzt bitte riechen, dass ich... Verdammt nochmal... Nur zwei Verteidigungen setzt von vier. Woher? Oder... Scheiß, KI. Naja. Naja. Also, ich habe da mein Abo-Special schon sehr weit fortgeschritten. Ich werde dann auch... Oh, ich habe... Ich wollte eigentlich switchen. Ich bin so ein Depp. Oh, zum Glück greift er nicht an. Naja, ich wollte ja auch noch einen... Frage-Video sozusagen machen und wie es so zur Hölle macht er jetzt nichts zur Verteidigung. Ernsthaft. Ernsthaft. Es ist sein Ernst. Ja, jetzt bin ich down. Aber hoffentlich setzt er so viele Punkte wie möglich alle sogar. Wahrscheinlich hat er vier gebraucht, um mich zu töten. Und mit dem einen auf Verteidigung hat er gerechnet. Okay, wir brauchen jetzt nur einen. So, wie viel Angriff hatte er? 500. Okay, two hits sind wir nicht. Dann setzen wir mal zwei auf Verteidigung. Wir hätten aber auch drei setzen können, weil ich glaube, ein Punkt müsste reichen, um ihn zu killen. Nein! Er hat ja, ist er effektiv. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder, das ist gleich. Oh Gott. Er hätte uns wieder töten können. Alter. Und wir hätten nicht nur einen Punkt gebraucht zum Angriff. Also, das wäre jetzt ganz komisch gewesen. Dann hätten wir drei Verteidigungen gehabt, hätte ich noch eine Runde ausspielen müssen. Also, das war jetzt Glück. Er hätte uns schon wieder gehabt. Dieser Henodus, ey, hat ja auch so viel Angriff, ey. Ja, nice. Ey, das... Oh, ich wäre jetzt schon wieder so ausgetickert, ey. Ich will jetzt meinen Nars hohren. Okay, er hat viel Leben. Er tankt viel. Ja, komm, wir machen noch einmal Tylosaurus und jetzt irgendwas anderes. Damit es nicht ganz so langweilig wird. Dunkelostois würde ich sagen. Edestus, ja. Probieren wir mal Edestus. Ja. Also, das müsste dann kommen. Ich schätze mal... Ja, ich schätze mal... Ich schätze mal am Wochenende, also... Ja. Sehr wahrscheinlich. Und mit der Qualität, klar, ist es ein bisschen besser verarbeitet als sonst. Meine Videos, aber nicht total krass. Ich hätte alles noch einfügen können. Soundeffekt und so, aber... Das habe ich dann doch nicht gemacht. Hey, als ob er sich jetzt so angreifen lässt. Es ist... Mir geht es eher darum, dass ihr ein bisschen von meinen... Von meinem... Ja, von meinen Spielen erfährt, die ich gerade zum Spiel. Und wie ich zu denen stehe. Finde ich ganz wichtig eigentlich. Also, fände ich ganz interessant, Und wie ihr da so dazu reagieren würdet. Oder was ihr von den Spielen haltet und so. Ja. Oh, cool. Er lässt sich jetzt komplett vor mir Edestus vergeben. Jawohl. Den haben wir ja leider nicht freigespielt, aber durchs Paket zweimal bekommen. Sieht auch mega geil aus. Ich hätte ihn sehr gerne auf Stufe 40. Geht aber leider nicht. Kann man nichts machen. Ja. Und Megalodon Animation. Wollte ich gerade nochmal checken, aber es ist ja logisch, dass er die Megalodon Animation hat. Er ist ja auch ein Hai. Oh, Elasmo-Serie. Cool. Dann haben wir den jetzt mal freigespielt. Unsere zweite Eiszeit-Kreatur, die wir uns freigespielt haben. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich so generell schon da? Würde mich... Da. Würde mich jetzt interessieren. Also Intrigo-Cerium haben wir ja jetzt auf Stufe 40, wenn ich mich nicht irre. Elasmo-Cerium, das schauen wir gleich mal nach, auf welcher Stufe wir denn haben. Also nicht auf 40. Ich glaube auf 20. Ich glaube auf 20. Ja. Wir können ihn sogar, wenn wir jetzt alle... Ja, genau. Wenn wir alle herholen, auf 40 machen, dann machen wir das jetzt gleich mal die Folge, weil wir haben ihn ja auch freigespielt jetzt. Werden wir ihn gleich mal voll leveln. Ich glaube, man konnte einmal jetzt als erstes, also nach dem Mammut, ja, den, äh, Dingens da freispielen, den, ihr wisst schon, Andrus, ne, dieser Wolf-Hund-ähnliche, den ich so richtig abfeiere, ärgert mich mega, dass ich den verkackt habe eigentlich. Also nicht mitbekommen, weil ich ja da krank war. Eigentlich hätte ich es ja machen können. Ich war einfach total kaputt. Null Bock auf irgendwas. Es ist einfach schlimm gewesen. Naja. Gucken wir mal, dass er wiederkommt. Also man sieht ja, dass Lydia schon diese Viecher wiederholt. Einzige Problem ist halt, oh leu, uns fehlen doch noch zwei. Ich kann schon wieder nicht zählen. Einzig andere Problem wird es sein. Es wird halt sein, dass es ein bisschen dauern wird. Weil jetzt erstmal die, ich meine, die ersten Kreaturen sind ja jetzt nicht, ja, schon ewig da. Das ist jetzt erst eine kurze Zeit her. Und ja, jetzt müssen wir erstmal alle freispielen, würde ich sagen. Alle mal einmal durchgehen, bis er wiederkommt. Schauen wir mal, dass wir ihn hoch genug leveln, ohne ihn freigespielt zu haben. Ja, jetzt muss ich dann doch nochmal zwei kaufen. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam, dass ich den nicht hatte. Ich habe irgendwie gedacht anscheinend, dass ich noch, also ich zwei Zwanziger hatte. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Naja, was sonst. So. Das vielleicht eine ganz interessante Story ist. Kann ich euch mal erzählen. Da habe ich mich letztens mega aufgeregt. Ich meine, bei Steam, Steam kennt ihr hoffentlich, ist ja hier, ne, sozusagen, eine Spielbibliothek für den PC. Kann man sich Spiele kaufen und alles. Äh, Anti-Cheat ist mir eigentlich immer sehr wichtig. Ich hasse es, mit Hackern zu spielen. Ich weiß auch nicht, wenn mich eine Sache stört im Spielen, dann ist es, wenn man unfällig einen verliert. Ich bin auch oft einer, der gleich welche als Hacker leider beleidigt. Das habe ich mir mittlerweile schon wieder ein bisschen abgewöhnt, aber, ja, manchmal ist es halt, ist der Gegner so komisch, dass er einfach nicht, dass es nicht normal sein kann. Und auf jeden Fall spiele ich halt, habe ich ja erzählt, ziemlich gerne jetzt Counter-Strike. Und das, ja, sogar anfangs recht, gut, mich auf, äh, wie soll ich sagen, bin Gold eingerankt worden. Das ist jetzt nicht das Beste, aber dafür, dass man ein Neuling in Counter-Strike ist, ging es dann eigentlich, dass ich recht schnell aufgerankt wurde. Und, genau, dann hatte ich eine Runde, da habe ich mit einem Hacker gespielt. Ein Spin-Botter. Der Name sagt schon, Spin, ne, drehen. Der dreht sich einfach und gibt jedem Instant-Hatch, also einfach ins, so ein offensivlicher Hacker. Und Steam hat ja normalerweise, also hat ein ziemlich gutes Anti-Cheat-System normalerweise. Nur bei CSGO nicht so, weil dann die Hacks schon so gut ausgereift sind anscheinend, dass die durch dieses Anti-Cheat durchgehen. Dadurch muss man sich allein auf das Report, also Report-System in CS sozusagen verlassen. Was es dann auch noch gibt, ist ein Overwatch-System. Weil nicht das Spiel-Overwatch, sondern so Overwatch, dass man, also dass einer recht häufig reportet wurde, somit halt auffällig ist. Und dass sich das dann Spieler, ich glaube mit über 150 Siegen und die mindestens Gold irgendwas sind, anschauen und dann ihre Meinung zu dem abliefern. Das müssen dann über, ich glaube es sind fünf Leute machen, also fünf so Schucker sozusagen, Overwatch-Gucker. Und dann wird entschieden, ob er hackt oder nicht. Oder das kann man da auch sehr gut dann sehen. Bei manchen ist es schwerer, bei manchen nicht so. Und auf jeden Fall, um was es mir eigentlich geht, ist, ich wurde wirklich unverdient gebannt. Tatsächlich. Ich wurde vom Online-Spiel gesperrt. Nämlich, ich habe da mit diesem Spin-Botter gespielt und der war anscheinend auch noch eine Art Modder. Er hat es geschafft, also er hat geschrieben, ja, dass er irgendwie profilmäßig was ändert und ändern wird und so, weil wir geschrieben haben, jetzt hör auf du Spacko, wollte ihn rauswerfen, irgendwie einer hat ihn nicht rausgeworfen. Übrigens, das Nashum sieht ziemlich cool aus, weil es auf den Höckern noch Hörner hat. Irgendwie crazy. Na ja, auf jeden Fall, um was es mir jetzt eigentlich geht, weil ich es gerne erzählen möchte, hat er es geschafft, unsere Statistik zu bearbeiten. Ich weiß nicht wie. Ich auf einmal am nächsten Tag schaue meine Statistik, weil es mich interessiert. Würde sagen, wir machen jetzt hier mal für ein Futterpaket einen Kampf. Das können wir ja vergessen. Gewöhnlich habe ich nichts. Sorry. Oh ja, das kann ich ja nicht machen. Danke, Lydia. Danke. Dann machen wir mal Eiszeit an. Auf jeden Fall hat er es geschafft, unsere Statistiken zu ändern. Und ich hatte dann auf einmal als Lieblingswaffe die M4A4, die ich davor noch nie gespielt hatte. Und irgendwie ganz komische Statistik. Also irgendwie eine 2,5er KD, das ist schon möglich, aber er hatte davor eine 1,7er. Auch nicht schlecht, klar, aber das war halt von dem bearbeitet. So wie jetzt kommt eine 180% Gewinnrate. Also jeder, der einmal Mathe in der Schule hatte, sollte wissen, ja, über 100% eine Winrate, okay. Auf jeden Fall legit. Ja, ich fand es anfangs mega cool und lustig, auf jeden Fall. Weil ich habe gesagt, ach, guck mal, eine Winrate, bla bla. Aber nach und nach wurde ich unsicher, habe ich mir gedacht, wenn das irgendwie auffällt, dann werde ich doch safe gebannt. Ja, und irgendwie haben es dann ein paar Leute, haben mich da mal reported, weil ich halt recht gut gespielt hatte und so ein Bullshit. Oh, warte. Ja, und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich irgendwann stand da auf einmal, äh, ja, äh, störendes Verhalten oder so ein Scheiß-Track. Da habe ich gedacht, okay, coole Aussage, muss ich damit sagen, auf einmal kann ich kein Online-Server mehr starten, äh, joinen. Ja, da war mir schon bewusst, ja, es ist over. Klar, dann habe ich zwei Tage danach ein Wegband bekommen, aber nur für CSGO halt, und dann steht da wegen außergewöhnlicher Statistik. Ich wollte jetzt nur mal klären, damit manche Leute jetzt nicht denken, dass ich gehackt habe. Ich habe nicht gehackt. Ich hasse es, in Shootern oder jeglichen, ihr wisst schon, so skillbasierten Spielen zu hacken. Es ist eigentlich scheiße. Es ist einfach scheiße. Es ist unfair, du verdirbst anderen den Spaß. Fuck einfach. Ja, es geht wirklich nicht darum, wenn irgendein Spiel geldgeil ist und so, wie jetzt hier Lydia, es geht darum, bei Shootern, skillbasierte Spiele, so richtig skillbasierte. Ja, war falsch schon wieder gedrückt. Und, genau, dann habe ich mir halt CSGO jetzt nochmal gekauft, habe jetzt schon fast alle Matches zum Einranken und werde jetzt wahrscheinlich besser eingerankt als davor. Finde ich ganz cool, weil ich habe erst gedacht, ich habe es soweit geschafft, Mann, was sollte das. Aber ja, jetzt kann man es wieder ein bisschen bessern. CSGO kostet sieben Euro, das geht schon. Aber es ist trotzdem scheiße. Natürlich, wenn man unverdient gebannt wird. Ich habe mich da erst mal so aufgeregt, aber dann nach und nach mir ruhiger geworden. Trotzdem. Es ist scheiße. Ja, keine Ahnung, was wir machen sollen. Probieren wir die mal. Ich glaube, das ging sogar. Ja, ihr könnt mir ja auch mal schreiben, was habt ihr so Erfahrung mit Hackern? Oder wurdet ihr schon mal irgendwo gebannt, gesperrt, gekickt für irgendwas, was ihr nicht getan habt? Würde mich alles interessieren. Ich fand es einfach nur behindert. Tut mir leid, ich habe den Ausdruck, aber das ist einfach so. Klar habe ich jetzt eine Art Smurf-Account, einen Smurf-Account sozusagen. Ich bin jetzt kein so richtig Smurfer. Ich meine, die Pro-Player, die dann für den Rang sind und dann Smurfen, die rasieren ja erst mal komplett das nicht. Aber ich habe jetzt recht viel schon gewonnen mit meinen Mates. Bin ziemlich gut dabei, vielleicht Guardian, also über Gold zu werden. und ja, fände ich Wals. Naja, auf jeden Fall, ja, fand ich das behindert. Sehr sogar. Ach komm. Ich meine, da war ein Modder, der sich im Endeffekt getrollt hat. Problem ist, klar würde ich Wolf, also wie ist die, ne, anschreiben dafür. Aber ihr müsst ja mal aus ihrer Sicht das jetzt bedenken. Meint ihr, die glauben mir das? Ne. Die würden denken, ich habe den Beauftrag, das zu machen. Aber das ist halt das Schlimme einfach, wenn man die Wahrheit kennt. Ich hasse es auch immer in Filmen, wenn ich die Wahrheit zu irgendwas kenne und dann die Person sozusagen beschuldigt wird, Vorwürfe gemacht werden. Ja. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich kann dann leider jetzt nichts mehr ändern. Ja. Ist leider so. Kann man nichts machen. Ja. Wir verkacken hier gerade auch schon wieder. Naja, obwohl eine Chance besteht noch. Wir sind effektiv gegen die Schweinchen. Okay, drei Punkte hat er. Das ist jetzt die Frage. Hat er drei auf Defense? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Daher machen wir das mal. Nein, hat er nicht. hätten wir schon angreifen können. Okay, er greift genau mit drei Punkten an. So, jetzt haben wir noch dieselbe Chance. Hat er drei oder nicht? ich gehe Nummer sicher wie immer. Und zwar richtig Nummer sicher. Okay. Alles gut. Wir hätten es jetzt besser ausspielen können, indem ich zwei gesaved hätte und noch eine auf Verteidigung. aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Drei Punkte hat er und er ist One-Hit. Dadurch sollten wir das haben. So. Tschüss. Nice, Mann. Spannend Smildon gespielt. Ja, das ist so meine Story. Ich hoffe, ihr freut euch dann auf mein 10K-Abo-Special. Es wird jetzt nicht gewaltig sein. Wahrscheinlich werden sich mehr über das Frage-Video freuen. Aber mei, ich hoffe, euch interessiert es trotzdem mal, dass ihr ein bisschen was seht zu den Spielen, die ich gerne spiele. Die kennt eh wahrscheinlich jeder. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer Meinungen und Kommentare. Jurassic Party Game wird jetzt auch demnächst kommen. Ja, das war ich der Marcel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.